Guten Tag, wir haben hier heute von der Luftfahrtindustrie Titanbleche mit Schweißpunkten zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind zwei Blechverbindungen mit jeweils etwa 3 mm Blechstärke. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass wir auch dieses in der Automobilindustrie eher ungewöhnliche Material mit unserem Phase-Array-Prüfsystem Phases problemlos prüfen können. Ich benutze dazu die freie Prüfung. Das ist ein Prüfmodus von unserer Phase-Software, mit der man mit wenigen Klicks schon schnell Ergebnisse von Bauteilen erhalten kann. Ein bisschen Koppelmittel aufs Bauteil und den Punkt suchen. Hier ist er schon. Ausrichten. Auslösen. Und ich habe nach wenigen Sekunden schon ein schönes Prüfergebnis von diesem doch sehr gut geschweißten Punkt. Und ich zeige Ihnen das nochmal kurz an einem zweiten Blech. Ich brauche auch gar nicht viel Koppelmittel. Nächster Punkt. Der war schon. Zack. Und auch dieser Punkt gut geschweißt. Ein bisschen größer. Die sind alle in unterschiedlichen Größen. Also kein Problem. Auch bei Titan. Vielen Dank.